Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchela und schon wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute zusammen die Echos aus Nia Lothar anschauen. Das ist ja eine Währung, wo wir mit den Twinks direkt die Rang 3 Essenzen kaufen können. In einem anderen Video hatte ich schon mal angekündigt, jetzt ist das Ganze ja live. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein, wie das funktioniert und wo wir die am besten farmen können. Als allererstes solltet ihr natürlich mit eurem Main einmal einloggen, dass das Spiel quasi erkennt, okay, was für Essenzen habt ihr. Das macht natürlich nur Sinn, wenn ihr zumindest mit dem Main eine oder mehrere Rang 3 oder Rang 4 Essenzen habt. Das ist egal, die solltet ihr auf jeden Fall haben. Dann erkennt das Spiel einmal, okay, die sind auf dem Account die Essenzen und dann könnt ihr mit den Twinks einloggen und die Aktivitäten absolvieren, um diese Essenzen fahren zu können. Wir switchen jetzt einmal kurz auf den Twink rüber. Übrigens, mir ist aufgefallen, mit dem Main kriege ich diese Währung komplett gar nicht. Also sprich, das geht anscheinend nur mit einem Twink-Char, der dann die Essenzen nicht hat. Gut, auf dem Main brauche ich sie eh nicht, weil habe ich alle Essenzen. So, wo bekommen wir dann die Essenzen her? Und zwar haben wir hier in der Herzkammer Mutter, und die kann ich jetzt anquatschen, und habe hier einfach einen Tab mit allen möglichen Essenzen. Ihr seht, die kann ich hier alle kaufen. Wichtig für euch ist zu wissen, diese Essenzen könnt ihr nur kaufen, wenn ihr die entsprechende mit dem Main habt. Heißt, wenn ihr eine Essenz kaufen wollt, dann müsst ihr diese Essenz auch mit dem Main haben. Es gibt ein paar Ausnahmen, und zwar ist es so, zum Beispiel diese Essenzen, die über Ruffraktionen freigeschalten sind, und ihr zum Beispiel habt die Tank-Essenz von der Ruffraktion, zum Beispiel aus Nassiatar, dann ist es so, dass ihr dementsprechend nur eine von denen braucht und mit dem Twink alle kaufen könnt. Ihr könnt dann mit dem Twink die Essenz von Heiler kaufen, als auch von DD, selbst wenn ihr nur die Tank-Essenz habt. Bei mir ist es jetzt egal, ich habe mir auch die anderen alle geholt, aber falls jetzt eure Klasse ein DK ist und ihr keine Heilrolle ausfüllen kann, dann ist es halt ganz praktisch, dass ihr euch mit eurem vielleicht Druid-Heiler-Twink dann auch die Heilrolle ausfüllen könnt. Ein kleiner Nachteil ist es, und zwar ist es leider so, dass das System nur für die Ruffraktionen gilt und nicht jetzt für diese Raid-Essenzen. Heißt, wenn ihr die Tank-Raid-Essenz habt und dann mit einem Twink die Heiler-Essenz haben wollt, das funktioniert nicht, da müsst ihr euch tatsächlich die Heiler-Essenz an sich farmen, wobei ich sagen muss, Ruffraktionen hochgeralten ist ein bisschen länger, als sich die Raid-Essenzenzen holen, würde ich jetzt mal sagen. Also dahingehend gibt es, wenn ihr jetzt eine Klasse habt, die nicht alle Rollen ausfüllen kann und ihr mit einem Twink eine andere Rolle spielen würdet, ein paar Sachen, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut funktionieren, aber zumindest mit den Ruffraktionen werden sie dann in die anderen Specs umgewandelt. Das funktioniert. So, also wir haben dann hier mit dem Main die ganzen verschiedenen Essenzen gesammelt. Jetzt können wir die mit dem Twink kaufen. Und zwar brauchen wir da die Ressource Echo von Nia Lothar, und die bekommen wir wirklich aus vielen Quellen. Und da hat wir, wir hätten ganz schönen Artikel, da können wir uns ein bisschen ranhangeln. Und zwar, wir kriegen die aus Horrific Visions. Und da ist es so, wenn wir den Full Clear machen, kriegen wir insgesamt 150 von diesen Abzeichen. Wenn ihr natürlich wenige Gebiete habt, dann gibt es ein bisschen weniger. Ich glaube, es waren 50 aus der quasi Endboss-Kiste und dann immer nochmal 25 aus den einzelnen Vierteln. Rechnen wir mal zusammen. 4 mal 25 sind 100 und nochmal 50 genauso viel waren es. Also, wenn ihr jetzt nur den Endboss schafft, kriegt ihr halt nur 50. Aber ich denke mal, mittlerweile müsste man ja auch schon Full Clear machen. Masken haben anscheinend keine Auswirkung. Heißt, ihr müsst einfach nur den ganz normalen Full Clear machen, kriegt ihr 150. Und wenn ihr nur den Endboss umhaut, kriegt ihr halt 50 Stück und dementsprechend mit jedem Viertel weitere 25. Ihr braucht für jede Essenz, habt ihr gesehen, insgesamt 500. Und wichtig vielleicht auch zu sagen, es sind wirklich die Rang 3 Essenzen. Heißt, ihr müsst dann nicht den einzelnen Essenz oder zwei Essenz farmen, sondern ihr könnt hier von 0 auf 100 gleich auf die Max-Essenz gehen. Genau. Also, sprich, Visions ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle. 150 für den Full Clear. Und ihr wisst ja, ich habe es auch in einem anderen Video schon gesagt, wenn man viel farmt, dann kann man theoretisch in der Woche 6 Runs machen. Und wenn ihr euch das jetzt mal hochrechnet, 6 Runs, dann könnt ihr euch schon mehrere Essenzen tatsächlich kaufen, wenn ihr das hinkriegt. Genau. Dann haben wir quasi die zwei Assaults, also quasi die Invasionen. Für die große Invasion, also die Entzort-Invasion, kriegt ihr 125 aus der Kiste raus. Also am Ende habt ihr immer diese Kiste. Und für die kleinen 75. Bedeutet, ihr könnt, ihr habt ja zwei kleine in der Woche, eine große, habt ihr schon mal relativ viele. Und dann daraus noch die Visions. Ihr könnt euch, wenn ihr das Zeug macht, schon mal mehrere Essenzen direkt kaufen, ohne irgendwas anderes zu machen. Einfach nur mit Visions und davor natürlich die Mats-Farmen durch die Assaults. Habt ihr schon mehrere Essenzen und direkt Rang 3. Dann könnt ihr euch noch über die Amissary-Dinger das farmen, das sind diese Kisten, wo ihr immer für Worldquests machen müsst. Da gibt es 50 Stück, da könnt ihr ja in der Woche insgesamt sieben Stück machen. Habt ihr auch schon mal 350, auch schon fast wieder eine Essenz zusammen. Dann Raid-Bosse. Soll anscheinend die Schwierigkeitsstufe egal sein. Normal-HC und Mythic droppt. Ich glaube sogar im LFR kann man welche bekommen. Hier steht es LFR-Wing. Gibt es dann nochmal 25. Also wenn man LFR-Wing abschließt, gibt es auch nochmal 25. Und die Bosse kann man anscheinend auch in den NHC reingehen und dann nochmal im HC. Zumindest habe ich das von Kollegen gehört. Dann kriegt man auch über PvP quasi welche. Und zwar Rated Arena Wins 10 bis 25. Hängt natürlich ein bisschen vom Rating ab. Selbiges gilt bei RBG. Und dann kriegen wir noch durch Mythic Plus die Marken. Und zwar hier ist es so, dass wir 3 Marken bekommen pro Keystone Level. Heißt, wenn ihr einen 10er macht, kriegt ihr 30. Wenn ihr einen 15er macht, kriegt ihr 45. Ihr könnt theoretisch euch alle Essenzen sofort holen, indem ihr die ganze Zeit M plus spammt. Aber sind wir realistisch, was braucht ihr mit dem Twink? 3, 4, vielleicht 5 Essenzen insgesamt. Und das habt ihr ganz bequem in wenigen Wochen zusammen. Und wenn ihr wirklich Hardcore seid, könnt ihr wahrscheinlich auch die in einer Woche zusammen farmen. Dann gibt es über die Warfront, also die HC Warfront Nummer 75. Und dann gibt es noch die 2 Kisten. Also sowohl die PvP als auch die Mythic Plus Kiste. Und bei der Mythic Plus Kiste kriegt ihr relativ viel raus. Hier kriegt ihr 20 Marken pro Keystone Level. Heißt, bei einem 10er gibt es 200. Und dementsprechend dann halt immer mehr, umso mehr Keystone Level ihr habt. Und PvP ist natürlich dasselbeiges wieder. Umso höher euer Rating ist, umso mehr Münzen bekommt ihr. Und zwar sind das hier zwischen 175 und 300. Ich schätze mal 300 kriegst du dann mit dem Gladi-Rating-Bereich. Ich schätze jetzt mal, wenn ihr jetzt mit dem Twink die Essenzen noch fahren, werdet ihr nicht so hoch sein. Aber anscheinend gibt es die 175 safe für die Kiste. Also, wie gesagt, sehr, sehr viele Quellen. Eigentlich alle Aktivitäten, die ihr, wenn ihr den Twink spielen wollt, sowieso macht. Und wenn man den wahrscheinlich 1, 2, 3 Wochen spielt, dann hat man seine Essenzen zusammen ohne Hardcore-Grind. Also ich finde, doch eine recht schöne Lösung, die Blizzard da gefunden hat. Blöd kann nur das eine sein, wenn ihr jetzt in Main eine Klasse spielt, die jetzt vielleicht nur eine oder zwei Rollen ausfüllen kann und ihr dann eine dritte spielen wollt, die die Klasse nicht kann und ihr dann die Raid-Essenzen für diese Klasse braucht. Dann ist es ein bisschen blöd. Die müsstet ihr dann vielleicht noch extra farmen. Alles andere wird, wie gesagt, umgewandelt. Das von Ruf-Fraktionen wird dann quasi umgewandelt, wenn ihr auch nur eine Rolle habt. Habt ihr die anderen beiden auch noch mit dabei. Ja, das war es eigentlich soweit, was ich euch raten kann. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt das entspannt machen wollt, macht einfach ganz easy hier die Assaults und Divisions. Das könnt ihr auch mit einem Gammel-equipten Twink machen. Vielleicht nehmt ihr hier noch ganz entspannt die Emissary-Kiste mit und dann kann man ja gucken, je nachdem wie gut der Twink ist, kann der vielleicht ein bisschen M+. Macht auf jeden Fall Sinn. Die Wikile-Kiste sollte man ja eigentlich wegen dem Gear-E mitnehmen. Vielleicht, wenn ihr PvP-orientierter seid, seid ein paar Arena spielen und dann die PvP-Kiste mitnehmen. Und wenn ihr natürlich Hardcore es drauf anlegen wollt, nehmt ihr alles mit und spammt dann M+. Und quasi hier Arena wie nochmal was, dann könnt ihr wahrscheinlich auch sogar alles in einer Woche farmen. Da muss man dann zwar ein bisschen mehr Zeit investieren, aber ja, es gibt Leute, die mit ihren Twinks da ein bisschen durchballern wollen. Aber wie gesagt, hier diese Daily-Geschichten, die sind mit jedem Char easy machbar. Egal was der Fink-Gier hat, dann kann man sich die schönen Essenzen holen ohne viel Aufwand. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv werdet. Und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.